Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen bei DIY Inspiration und herzlich Willkommen mal wieder zu einem Diamond Painting Video. Es gibt heute meine Diamond Painting Lieblinge und Highlights, also Materialien und Tools, auf die ich nicht mehr verzichten möchte beim Diamond Painting. Und es gibt natürlich auch ein Update für euch. Ich zeige euch, wie es mit den Star Wars Figuren weitergegangen ist und natürlich auch mit dem großen Diamond Painting. Da komme ich immer besser voran. Es wird. Ich bin am überlegen, so vielleicht bis Halloween oder so oder vielleicht auch bis Weihnachten habe ich es geschafft. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie lange wird das tatsächlich mit dem großen Diamond Painting dauern? Weihnachten, Halloween, Ostern, was ist realistisch? Schreibt es gerne mal unten rein. Und ja, los geht es für euch mit meinen Diamond Painting Lieblingen. Ganz, ganz viel Spaß! So Leute, ich gebe euch jetzt eine kleine Übersicht über mein Lieblings Diamond Painting Material und dazu gehört auf jeden Fall ein Diamond Painting Koffer mit Materialaufbewahrung. Super praktisch, entweder tatsächlich zum Mitnehmen oder auch einfach um das Ganze eben hübsch aufzubewahren. Ich hatte es früher tatsächlich mal einfach in so einem Ziplock Beutel, wie man den vielleicht so zum Einfrieren oder für den Flughafen nimmt. Einfach alles reingeworfen und dann oben zugemacht. Ist natürlich auch gut aufbewahrt, aber so ist es halt schön ordentlich und man hat eben eine gute Übersicht. Ich habe hier diese Reihen 6x5 für die Döschen, für die kleinen Steinchen. Da seht ihr einige ist was drin, in anderen nicht. Ich habe hier auch so einen einfach gemixt. Mal gucken, wenn ihr gute Ideen habt, was man tatsächlich mit Diamond Painting Steinen, die man nicht mehr braucht, also die übrig geblieben sind, weil es ist immer zu viel Material dabei. Machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann habe ich hier oben die Farben, die ich für mein großes Diamond Painting brauche. Da seht ihr natürlich gleich auch noch mal ein Update zu im Zeitraffer. Hier sind auch die Glitzersteine davon. Das bewahre ich also da auf. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Bei diesen Koffern sind eben diese Röhrchen auch immer dabei. Man kann das Ganze beschriften. Ich habe es jetzt hier tatsächlich einfach unbeschriftet gelassen, weil die Farben, die ich momentan aktiv in Benutzung habe, tatsächlich diese hier sind und die kann man sehr, sehr gut unterscheiden. Es sind sechs verschiedene Farben und eben die Glitzersteinchen. Da kann mir eigentlich nichts passieren. Aber wenn man eben verschiedene Grüntöne, verschiedene Blautöne hat, die sehr eng aneinander sind, vielleicht schöne Farbverläufe, dann natürlich immer gut das Ganze auch ordentlich zu beschriften. Und dann komme ich auch hier einmal zur anderen Seite. Also ich habe auch schon mal verschiedene Diamond Painting Koffer getestet. Die meisten haben das eben hier mit so einem kleinen Netzchen, wo man eben andere Sachen eben drin aufbewahren kann. Also so das Zubehör, was man sonst so braucht. Und was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre tatsächlich so ein Bastelscalpell. Kann man sehr, sehr gut eben die Folie mit zuschneiden. Dieses hier haben wir tatsächlich auch benutzt, um so kleine Gipsarbeiten zu machen und Tonarbeiten. Deswegen sieht das nicht mehr ganz so ordentlich aus. Aber es schneidet noch. Also lasst euch da nicht wundern, wo diese weißen Flecken hierher kommen. Das ist tatsächlich Gips. Aber das Bastelscalpell funktioniert noch gut. Wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Washi-Tape auch, um eben die Bereiche abzukleben, die man gerade arbeitet. Einfach zur Orientierung. Ich habe hier so ganz einfaches von vor ein paar Jahren von Ikea. Könnt ihr einfach benutzen, was ihr möchtet. Aber lässt sich natürlich gut aufkleben und gut ablösen. Super praktisch. Also diese beiden gehören so zur, ja so zum Öffnen des Ganzen, so damit man sich eben die Abschnitte gut einteilen kann. Dafür würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Super gut. Und ich mag auch sehr gerne eben diese etwas größeren Schälchen. Hier sind tatsächlich noch zwei von den kleinen schwarzen Steinchen mit drin. Ich mag sehr gerne auch tatsächlich diese Schalen ohne Ausguss. Da hat man nicht das Problem, dass es dann irgendwie in den Ausguss so mit reinrutscht. Ich habe zwar die letzten Wochen hauptsächlich dieses hier verwendet. Ist sogar noch ein kleines Stückchen größer. Hier einmal diese beiden. Dieses hier hat tatsächlich noch so eine Ablage dabei, wo man dann einen Stift mit reinlegen kann. Dieses hier eben dafür noch ein bisschen größer. Aber hier eben auch das Problem, Problem oder Möglichkeit, kann man natürlich sehen, wie man möchte, wenn ich hier eben die Steinchen rein gebe und sie dann in die richtige Position schüttle, muss ich natürlich darauf achten, dass sie mir hier eben nicht rausrutschen. So. Ich habe aber auch die Möglichkeit, sie einfach wieder rein zu gießen. Das geht hierbei natürlich super, super einfach. Außer sie kleben gerade fest, wie hier. Aber ich habe sie eben schnell wieder drin. Bei dem blauen, wie ich sagte, mag ich eigentlich tatsächlich sogar noch lieber, habe ich eben den Vorteil, dass ich hier komplett schütteln kann und hier nicht darauf achten muss, dass es eben zur einen Seite rausrutschen kann. Finde ich mega praktisch und auch in dem Zusammenhang diesen kleinen Trichter hier. Weil hier natürlich schwierig, das Ganze wieder in die Dose rüber zu bekommen. Es geht natürlich hier so rüber, aber dann, ihr seht schon, hier liegt schon das erste auf dem Tisch. Ein bisschen schwierig. Finde ich immer so ein bisschen riskant. Mache ich ungerne. Hier diesen ausklappbaren Trichter. So, da haben wir ihn. Einmal hier rein. Und dann kann ich das wirklich hier einfach oben rein kippen. Außer hier natürlich auch wieder die, die hartnäckig sind und nicht rein wollen. So. Und habe sie hier auch relativ schnell wieder drin. Natürlich wieder drei, vier hinten verteilt, aber die sammle ich gleich ein. Also so ein Trichter, wie gesagt, auch super praktisch. Auch häufig bei solchen Koffern einfach mit dabei. Und dann natürlich die große Frage, welche Applikatoren mag ich am liebsten, welche aufsetze. Ich mag tatsächlich, habe ich es jetzt so gemerkt, die Dreier benutze ich sehr häufig. Kann man natürlich auch zwei Steinchen mitsetzen oder auch einzelne Steinchen. Kann man natürlich mit den anderen auch, aber mit dem Dreier eben noch relativ präzise. Und mit dem Dreier eben auch. Drei ist natürlich auch schon eine recht häufig vorkommene Stärke, die man halt so braucht. Also mit dem arbeite ich so am häufigsten. Also das so meine Lieblinge beim Diamond Painting. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Update für euch. So, ihr habt es gerade vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Ich habe Prinzessin Leia fertig gemacht. Mit diesem kleinen Holzbord hier dabei. Super, super niedlich. Steht jetzt bei mir so ein bisschen im Hintergrund mit rum. Han Solo und Luke Skywalker habe ich noch vor mir. Werde ich natürlich auch noch machen. Und den kleinen Drachen habe ich auch fertig. Da kommt er. Den habe ich ja im letzten Diamond Painting Video gemacht gehabt. Und den habe ich jetzt auch einmal versiegelt. Man sieht, dass hier so ein bisschen schimmern. Hier hat sich die Versiegelung so drüber gezogen. Hier über das Auge auch so ein bisschen. Also es nimmt den Farben wirklich nichts. Es ist ja immer diese weiße Flüssigkeit. Aber es wird dadurch stabil. Und es stört wirklich die Farben überhaupt nicht. Trocknet komplett durchsichtig weg. Das ist natürlich auch eins meiner wichtigen Tools. Diamond Painting Finish. Super gut. Lässt sich einfach mit dem Pinsel auftragen. Super praktisch. Und sorgt eben dafür, dass es keine Fussel mehr anzieht. Dass es halt nicht mehr klebrig ist und gut versiegelt ist. Also die beiden kommen wieder nach hier hinten. Da haben wir sie. Und den Drachen stelle ich auch einmal mit dabei. Die wohnen jetzt da. Und bei mir kommt jetzt wieder das große Diamond Painting auf den Tisch. Also ihr Lieben, ich mache diesen Abschnitt heute. Das Gute ist, es sind ja immer direkt diese vorgeformten Quadrate dabei. Also die Größe der Abschnitte, die ich mache, ist immer sehr einfach vorgegeben. So. Erster Abschnitt, beziehungsweise erstes Washi Tape. Dann klebe ich hier unten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020